Willkommen zur großen 306. Folge von Let's Play Minecraft. Ich habe Steinziegel, wo kommt die denn her? Ach, ich habe sie abgesteckt, genau. Wir haben in der letzten Folge die Lichter abgesteckt. Für alle, die die Folge übersprungen haben, aufgrund von, da passiert ja eh nichts anderes. Ja, das haben wir gemacht. Wir sehen hier oben übrigens immer diese Löcher. Die habe ich gesteckt. Da kommen dann noch die Glowstones rein. Damit wir auch morgen noch Schönlicht haben. Ja. Und schon wieder Regen. Warum regnet es immer? So, die haben mein Spitzhack ja weggeschmissen. Weil die war ja erschütet. So, was brauche ich da unten? Das können hauptsächlich Steine sein. Das ist eine ganze Menge Stein. Das ist die 10. Aufnahme in der 76. Aufnahmesession. Und das wird auch die letzte sein. Länger werde ich die nicht aufnehmen. Dann, wenn ich will jetzt auch wohl mal zur Ruhe kommen. Ja, genug aufgenommen. Ich habe echt zwei Wochen am Stück, fast zwei Wochen Minecraft am Stück aufgenommen. Wir beiteln das mal so. Ich habe eine Werkbank. Falls wir brauchen, können wir unten noch mehr machen. Machen wir erst mal das, was wir fertig kriegen. Alter. Wieso ist er denn noch ungehakt? Hat sich nach unten verhakt, ey. Gut, machen wir mal die linke Seite. Hallo? So nicht, Junge. Super. Wenn es jedes Mal mit so einem Feder geht, dann dauert das ewig. Machen wir wieder den, äh... Hm. Meine Fresse, was soll denn der Scheiß? Warum kann ich das nicht richtig blocken? Das Problem ist, wenn ich jetzt, äh... Das hier mache, dann baut er die so hochkant. Das geht ja auch nicht. Oder kann ich die jetzt hier so seitlich dran bauen? Geht das? Boah, geil. Das geht auch. Alter, machen wir das natürlich so. Das geht jetzt deutlich einfacher. Und das sieht natürlich episch aus. Mir ist gerade eine Idee gekommen, was passiert, wenn man das so macht. Ja, aber dann haben wir ja so eine Zwischenbank. Den Glow-Stown dahinter, hm. Naja, eigentlich auch scheiße. Jetzt habe ich natürlich ein Problem. Da fliegt rein im Flugzeug bei mir vorbei. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Kippen-Ballu und seine tollkühne Crew. Jo. Da läuft. Ich glaube, so kann man es lassen, ja. So. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Leider wird es nicht reichen, was wir haben. Wir müssen also tatsächlich nochmal nach oben. Okay, geht sogar fast auf. Ah, ne. Die Fahrgeräte sind aufgehalten. Ho, ho, ho. Naja. Hat ja was Gutes. Hey, dann werden wir doch schneller fertig, als ich dachte. So. Steinstufen haben wir, glaube ich, noch eine. Dann muss ich noch eine holen. Ja, das müsste eigentlich noch gehen. Nein, 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 nein. Schon doof, wenn das schief geht. Nein. Ehrlich, für sowas sollte ich... Ah. Das sind nur Steinspitzhacken. Für den nächsten hole ich mir eine Diamant... Äh, hole ich mir eine Diamant. War schon übel, wenn sowas kaputt geht. Warum dreht er das? Endlich. Endlich kannst du mal weitergehen, ja. Nein. 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 Boah, ey. Nein. Ich krieg eine Krise. Warum dreht er die denn? Ja, was ist denn los? Was soll sie nicht drehen? Shit, fucker. Shit, fucker. Shit, fucker. Shit. Shit... So, mache ich das halt bei Hand, ist vielleicht doch sogar einfacher. Jetzt haben wir das immer wieder verhaut. Hallo, ich ziehe doch auf die Ecke. Wo ist denn da der Feder? Scheiße, ich habe 50... Fuck. Mann, das ist sowas von kacke, ey. Das waren bestimmt... Wie viele waren das? 10? Ich hoffe, sie werden jetzt durch einen Spawner. Das kannst du keinen anbieten hier. Wenn ich die finde. Müssen eigentlich ein paar sein. Da. So, gleich habe ich es. Ich habe es raus. Ich habe es im Blut. Ha. So, jetzt fehlt mir natürlich genau ein paar Stück. Aber der restliche Blockkram oben muss sowieso schon fertig sein. Aber es hat fast ausgeweicht. Ja. Sieht so ein bisschen aus wie eine Skatebahn jetzt. So. Äh, die sind ja schon längst durch. Im Prinzip brauche ich ja noch eine ganze Menge. Deswegen... ...möchte ich das so direkt mit. Gehe damit nochmal nach unten. Aber eigentlich kann ich mich auch nach drittes Kante deportieren. Plopp. Weil wir nämlich direkt dort unten hinten sind. Und das ist schon einfacher. Alter, ist die Musik lauter, ey. Schon besser, ey. Ich fange ja langsamer an zu nerven. So, dann sind wir auch gleich durch. So, dann erst will ich hier die... Die steinende Decke fertig haben. Da ist fertig. Hier fehlt noch. Dann fehlen mir nicht mal allzu viele. Aber warte mal, bevor ich die jetzt... Die muss ich ja sowieso kraften, aber naja. Vielleicht kriege ich die ja so schon raus. Ich muss ja nämlich hier auch... ...auf der Decke... ...oder an der Decke... ...nämlich die Löcher machen für die Lichter nachher. Okay. So, und mehr und mehr und mehr. Bam, 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 bam und bam. So, das wäre soweit. Jetzt müssen wir noch ein paar Treppen machen. Äh, ne, hier. Ob das ausreicht? Ich weiß es nicht. Wir können mal auszählen, wie viel brauchen. Eins, zwei, drei. G7, 14, 21, 22, 23, 23 Stück. Gut, 24, das musst du reichen. Jetzt haben wir noch einen über und wir sind fertig. Wir sind fertig. Passend zum Ende dieser Folge. Alter, dann habe ich nichts anderes gemacht, als diese Mine zu bauen. Boah. Dann wisst ihr, was in der nächsten Folge kommt, ne? Richtig. Richtig. Wir gehen in den Eta, hurra, halala. In den Eta. So. Und hier sage ich vielen Dank. Er hat kein Schallgespräch, danke. Ich sage euch vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Bis denne. Bye, bye.